Guten Morgen und Namaste, das Leben ist schön, wir wissen es eh. Mir ist gut aufgefallen, heute ist der 31. August 2014, dass ich schon seit einiger Zeit keine maniolischen Botschaften mehr abgegeben habe, zuletzt jetzt zum Bau unseres Garten Eden-Projekts. Das stetig in kleinen Schritten fortschreitet, ganz eine wunderbare Sache. Und wir haben hier einen wunderbaren Akkupunkturpunkt für diese Erde erschaffen mit 33 Metern Durchmesser, von dem aus mittlerweile Wellen nach Niederösterreich gehen, aber auch nach Kathmandu und bis in den Gaza-Streifen und das gefallen uns sehr und das ist wunderschön. Und der Grund, warum ich mich heute an diesem Sonntag, wo unser Dorffahrer verabschiedet wird, an die Facebook-Welt und die YouTube-Weltwende, ist folgender, weil ich festgestellt habe, dass immer mehr Menschen tatsächlich glauben, so zum Beispiel mein Vater, sie glauben zu wissen, dass es keinen Frieden geben kann, weil sie ja noch nie einen Frieden geben hat, zumindest in ihrem jetzigen Leben, in dem sie sich daran erinnern und in dem, was sie täglich im Fernsehen, so Konsumhirn im Hirn. Und ich weiß aber, weil ich mich an Zeiten erinnern kann des kollektiven Friedens und weil ich fühle, dass wir alle eins sind und auch eins werden, egal ob mit oder ohne Uniform, egal welche Hautfarbe, egal welcher Gesinnung, es geht einfach nur darum, sich selbst im vollen Umfang zu akzeptieren, dann werde ich auch jeden anderen im vollen Umfang akzeptieren können, ohne dass ich mich verstellen muss oder an irgendwas gewöhnen muss. Und vielleicht haben wir jetzt noch einen klitzekleinen Lernprozess, dass man mit ein paar wenigen Menschen, die man vermeintlich überhaupt nicht abkann oder nicht riechen kann oder nicht ausweiten kann, dass wir mit denen jetzt noch das finale Quäntchen lernen dürfen, mit dem wir uns letztendlich selber updaten, so dass wir auch das jetzt alles tolerieren können und sagen, hey, der lernt mir ja nur was und das heißt, so mir irgendwas Schlimmes begegnen würde oder was ich nicht will, dann nehme ich es liebevoll an und so, wow, gibt es noch was zu lernen und in dem Anblick wird dieser Mensch für mich wertvoll. Und wir werden momentan wieder gefüttert von allen Ecken und Enden mit Kriegsbildern, mit Abscheulichkeiten, sondersgleichen mit kontra-islamischen Hassbildern, auf die Juden wird gehauen, die Christen werden von Islamisten abgeschlachtet und geschächtet, man zeigt uns zerfetzte Menschenleiber und tote Kinder und auch was um Irrsinn. Und das hat es immer gegeben oder vielleicht auch nicht. Wenn das wirklich jetzt das Finale der Apokalypse ist und wir glauben bei der Apokalypse immer an Weltuntergang, Bomben und Tralala, die Apokalypse haben wir gerade hinter uns gebracht. Unser Leben nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Apokalypse, die Apokalypse der Geldkatastrophen, die Apokalypse der Naturkatastrophen, die Apokalypse der Pharmaindustrie, die Apokalypse der Drogenkönige, die Apokalypse der unfähigen Politiker, die Apokalypse der Sklavenhaltung und Ausbeutung weniger Menschen, weil die meisten Menschen glauben ja auch, alle brauchen eine Krankenversicherung und eine Lebensversicherung und eine Rentenversicherung. Wenn man sich 7 bis 9 Milliarden Menschen auf diesem Plan eben anschaut und mal schaut, wie viel was Kranken- und Rentenversichert sind, dann stellen wir fest, dass alle anderen auch alt werden und gesund bleiben, vielleicht so gesünder sind wie wir, aber zumindest dann, wenn man sie beerdigt, auch zu Erde werden, während in Zentraleuropa die Totengräber darüber klagen, dass man nach 30 Jahren halbverfaulte Leichen ausgräbt, weil die Würm nicht einmal mehr den Chemie-Cocktail fressen, den man nach unserem Ableben hier beerdigt. Also wir dürfen jetzt einfach aufhören, über gewisse Dinge nachzudenken, einfach loszulassen und zu sagen, jetzt schauen wir uns das noch ein bisschen an, ich schätze, geht davon aus, es dauert noch ein paar Wochen, die Politiker gehen jetzt reihenweise, die Banker springen aus dem Fenster, all diese, das sind die Endzeichen der Apokalypse, wir brauchen gar nichts tun, außer in den Frieden und in die Ruhe zu gehen, zu uns selber, wirklich ins Herz zu gehen und zu sagen, okay, wenn dem so ist, dann ist dem halt so. Wenn die Erde ein intelligentes Lebewesen im Kosmos ist, wovon wir alle ausgehen dürfen, weil es so ist, weil was Totes nicht so viel Leben herfordert, also die Erde muss lebendig sein, so wie der Körper Schweiß produziert und Bakterien, muss die Erde lebendig sein, sonst würde hier nichts wachsen und leben können. Wenn dieses Lebewesen eine kosmische Intelligenz besitzt, die zweifelsohne höher sein muss als unsere menschliche, dann wird sie sich was dabei gedacht haben, bei dem, was sie jetzt auf ihrem Körpus zulässt, oder geschehen lässt. Und wenn es ein Reinigungsprozess sein soll, damit irgendwann die tiefen Wunden, die mittlerweile verheilt sind, als geheilte Flächen sichtbar werden, dann muss es einfach die alte, das alte Blut, das gestoppte Blut, das Eiter, der ganze Dreck muss weg. Und wenn man das Ganze aus globale Geschichte sieht, dann denke ich nicht, dass Mutter Erde es zulässt, dass Parasiten auf ihr, und wir Menschen sind Parasiten, weil ein Parasit sitzt obendrauf, Parasiting, Parasit, dass wir Parasiten sie zerstören, das lässt sie nicht zu. Also wird sie uns ein paar Dinge zeigen, woran wir endgültig erkennen, dass wir mit ihr verbunden sind und uns mit ihr verbunden fühlen dürfen. Sie wird uns nicht strafen und nicht schlagen, aber die Erde wird selbst gesunden. Und wenn die Erde beschließt, so wie wenn ich beschließe, ich sage, ich habe jetzt da irgendwo ein Bakterium und beschließe jetzt zu gesunden. Dann nehme ich das Wissen zu diesem Bakterium auf, das die Erde aber schon besitzt, gehe her, nehme an was ist, lerne es zu lieben und verabschiede es in Respekt, indem ich zeige, indem ich gelernt habe, was es mir gezeigt hat. Und jede Schuppenflechte geht da weg, jeder Pickel geht da weg, ich kann jede Zelle von innen her reinigen, durch Bewusstsein und Bewusstheit, und die Erde ist halt nicht bewusstlos, wie wir Menschen, sondern sie ist sehr bewusst, die Erde ist wissend. Die Erde ist das Wissendmanifeste, was das Göttliche, das Gottlichte von oben her, spirituell, geistig, energetisch, drauf gibt und in Symbiose genau dazwischen stehen wir und die Erde bringt uns hervor, über unsere Mütter körperlich und die Väter geben uns den Spirit mit dazu. Also es ist alles relativ einfach und logisch, vorausgesetzt man lernt zu vergessen, was man uns gelehrt und gelernt hat, zum Beispiel in Schulen und in irgendwelchen Schulbüchern, weil was da drin steht einfach 80% Entschuldigung ist wertend, aber Müll. Es ist vorprogrammierter Müll, denn sowohl ein Illuminati wie der Darwin und der Isaac Newton, die wurden dafür bezahlt und eingekauft von den Freimauern, um ein Wissen in der Welt zu installieren, mit denen die Menschen in den nächsten 300 Jahren irre laufen. Mittlerweile ist es irrelevant, was sie uns erzählt haben, wir haben ihnen vergeben, wir haben gesagt, ja schön, ihr habt es auch nicht anders können, ich meine, der Michael Schumacher oder der Vettel muss Auto fahren, weil er einfach nichts anderes besser kann. Und der Darwin und der Isaac Newton haben das auch gemacht. Und in diesem Sinne ist es jetzt einfach wichtig, dass wir erkennen, alles ist gut, alles ist perfekt, es ist alles gemacht, entweder von Gott oder nicht von Gott und was nicht von Gott und von der Erde gemacht ist, es ist von den Supermächten gemacht. Und wenn wir diesen Supermächten die Macht entziehen, indem wir sie einfach ignorieren, und ihnen, wo es immer geht, die Geldmittel entziehen, die sie uns geben. Das heißt, wir schauen, dass wir ohne Geld auskommen. Und das geht immer besser. Das geht immer besser. Und wir brauchen uns nicht um Stadtmenschen sorgen, ja, was machen denn die in den Ballungszentren, die in Mietwohnungen sein, die können doch nicht selber für sich sorgen. Oh, und wie die für sich sorgen. Glaubt es mir, die werden auf Fenstersimsen mehr Salat herzüchten, wie wir auf einen Hektar Grund, weil sie es gelernt haben oder lernen müssen. Und sie werden für das Erhalten von irgendwelchen Immobilien Geld bekommen, anstatt Miete zu bezahlen. Die werden fürs Wohnen bezahlt. Einfach nur, dass es drin sein. Es ist nur eine Frage, ob wir unser Denken wenden können und erkennen, dass man es uns eingepflanzt hat und dass das Wachstum dieser Pflanze in unserem Kopf offensichtlich was hervorgebracht hat, was nicht natürlich ist und nicht ursprünglich. und in diesem Sinne freue ich mich, wenn es immer mehr werden, wenn wir immer mehr werden, die erkennen, alles ist gut, man kann mich nicht mehr emotionalisieren, wir können es mir die grausigsten Sachen herhauen, ich sage, ja, kann sein, muss es aber nicht. Aber ich tue die Dinge, wo ich weiß, dass wenn ich sie multipliziere, sie andere Leute befruchten, anstecken, motivieren, inspirieren, so, dass wir immer mehr werden, die wie Klangschalen zueinander klingen und ein Orchester der Musik, der göttlichen Musik, des Erklingens, des menschlichen Erklingens, Persono heißt ja eigentlich durch Klang, ist ganz was anderes wie eine menschliche Person, weil die habe ich abgelegt, ich bin ein Mensch und ich klinge, aber ich bin keine Person mit einer Nummer drauf. Also die Nummer ist auch vorbei, dass Personen abgestempelt werden mit einem Personalausweis. Schmeißt ihn weg, gebt ihn zurück, behältst euren Reisepass, wenn es unbedingt einen braucht und werdet Freeman. Dazu gibt es auch einige Informationen, die sehr wichtig sind im Netz, aber da habe ich einige Sachen auch dazu gesagt. Jetzt ist aber gut, weil ich sehe, gerade seit 10 Minuten labere ich euch voll und wenn du immer noch dabei bist, dann finde ich das mega klasse und ich danke dir, wünsche dir einen wunder, wunder, wunderschönen Sonntag, eine geniale Zeit, lade dich ein zum Friedensfest am 12. bis 14. September in Nussdorf am Attersee und so geht's noch. Namaste.